Genau. Herzlich willkommen zurück hier bei Napoleon mit Asrek und Nordisch. Guten Tag. Guck mal hier, eine Werkbank haben wir in der Nacht gemacht. Das hat sich getan in der Nacht, eine Werkbank. Wir sind auf Tag 6. Und deswegen haben wir auch bald ein Minibike oder gleich oder sofort. Wir haben gemerkt, Minibike bauen ohne Werkbank geht ja gar nicht mehr. Das war früher mal. Oh, ist es weggepackt. Nein, es ist noch da. Oh, Mann, Junge. Oh, was fehlt noch? Nix? Läuft's? Ich muss erst mal, ich wollte noch für dich auftanken, wenn es genehm ist. Oh, unter Service. Alles klar. Ich habe Ölwechsel auch. Super, danke schön. Ich will ja nicht. Ich dachte noch selber Benzin. Natürlich. Natürlich. Ein Benzin war der Schmerz weg. Natürlich. Ist das klar? Eis auf die anderen, Wolfgang. Eis auf die anderen. Natürlich. Wahrscheinlich hat er noch eine MG und AK-47 und Atom. Ja, aber das passt nicht vorne aufs Bike drauf. Weiß auch nicht warum. Nein, also wir fahren jetzt hoch zur Stadt und gucken, dass wir jetzt auf jeden Fall einen Körbschi kriegen. Ja, meine Zuschauer fahren ja mit mir. Er fährt. Meine Zuschauer fahren mit mir. Nee, das zählt so nicht. Das kannst du so jetzt nicht. Nein, das geht nicht. Den sehen wir nie wieder von der Horde. Hauptsache, die Hucke geht. Was ist das mit Schaufel? Ich wollte ja nicht drängen. Nordisch mache ich ja keine Zeug. Du, 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 du. Gehleih. Aber wir haben noch keinen Lehm. Wir haben noch keinen Lehm. Wir haben noch ein bisschen effizienter laufen hier. Die Zeit läuft ab. Wir haben doch kein Lehm. Kein Lehm. Ich hatte ja, ich muss noch einen Augenblick warten. Ja. Okay. Ich hatte das ja storniert, weil ich geskillt habe. Dann kann Christoph gleich eine Besserung. Mach ich mir eine Steinschaufel. Ich hatte storniert. Nein, du Christoph. Ist klar. Ich hatte storniert. Nein. Ich muss da nochmal. So, warte. Der kann jetzt mal. So, ich wollte mir noch eine Axt machen. Ich hoffe, ob ich in der Zwischenzeit noch was töten kann. Also, zwei Minuten. Zwei Minuten. Ja, ja. Keine Hektik. Fünf Minuten türkisch. Komm ich erst mal um. Ob man irgendwo... Was machen wir denn jetzt? Holz? 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 Holz wurde hüttet. Basrak war ja da rum. Ja. Dann könnte ich... Ja, ich bin schon wieder hungrig. Ich muss eben was jagen. Esst doch was aus dem Lagerfeuer ist. Ach. Es ist ja. Ja, da ist... Das ist gut zu wissen. Schinken und Ei. Noch ein Toast, noch ein Ei, noch ein Kaffee, noch ein Morgen. So. Schinken und Ei, sei dabei. Was haben wir da gefunden? Oh, okay. Was ist diesmal eine AK-47? Nein, 38 Geschosse. Auch gut. Ja. So, dann packen wir... Ich glaube, ich weiß, wo ich ein Eimerchen herkriege, wenn alles gut geht. Vielleicht kann ich es auflesen. Ansonsten brauche ich eine verdammte Rant. Warte ich noch kurz auf die Schaufel, dann packe ich die hier oben noch mit rein. Ankel Palen will spielt. So, ich lese mal dieses Papier, damit das mal wegkommt. Oh, okay. Sieht gut aus. Sieht ruhig aus. Eilchen. Punkte habe ich noch. Mist. Jetzt bräuchte ich eine Ranch. Electricity Basics. Das ist nix. Electric Wires. Blablabla. Ähm. Kaufen wir mal Wissenschaft. Leere Gläser. Loaded Walker und Rotting Carcass fehlt mir noch für die Quest. Irgendwann rumlaufen. Ah ja. Hier ist nix. Ich habe an meiner Knarre... Mach du Gas. ...habe ich eine Taschenlampe dran. Fällt mir jetzt erst auf. So Palen, dein Ding, deine Schaufel ist fertig. Dein Ding ist fertig. Mein Ding ist fertig. Dein Ding ist fertig. Ja. Frisch gehämmert und poliert. Genau. Oh, ich noob voll daneben gerotzt. Der hat gesessen. Ah, schon wieder vorbei. Geh mal kurz ein bisschen umgucken. In den Rücken geschossen. Ich kann noch was tolles finden, aber es ist ja wieder mal... Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Fangschuss. Mensch, du, ich hau dir. Mensch, na also. Der Falsche. Aber ich gebe es dir auch noch gerne. Wer ist? Eine Schwester. Schießt ihr von hinten in den Kopf. Ups, das fand sie jetzt nicht so lustig. Sie schlägt vorbei. Ich treffe. Ich habe Antibiotika gefunden. Ja! Läuft bei mir. Hallo, Kreesha. Komm her, Kreesha. Erlohn die Seite, bitte. Danke. Hier ist aber auch viel. Und wir haben Leder gebraucht, ne? Ja, ja, immer. Ja. Okay, ich gucke, was ich finden kann. Oh, Wurstel. Noch mal nur Schaufeln wollen. Hast du die hingelegt drin irgendwo in die Hütte? Unten in den Küchern. Jawohl, danke. Na, immerhin. Ich kenne jetzt das Rezept für einen Raketenwerfer. Aber es bringt uns jetzt auch erst mal nicht viel. Na gut, was Smart hatten wir. Ja, das finde ich so gut, als hieß es, kann so werden. Das ist kein Thema. Ich habe mich von euch nicht verstanden. Die sollten es auch nicht verstehen. Eine ungelootete Tasche. Ist doch egal, du brauchst es nicht verstehen. Oh Mann, eine Ranch brauche ich. Ach, was du denn das brauchst. So, erst mal. Hast du denn mal beim Händler geguckt, ob du Stahl kaufen kannst? Nein, ich bin ja nicht beim Händler, aber ich könnte mal das vorbeischauen. Ja, 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 ja. Genau das war's. Ich verstehe deinen Hinweis. Mal gucken, ob wir hier irgendwelche Tiere finden, weil das ist so langsam, finde ich das nicht mehr lustig. Da ist natürlich nichts drin. Und auch nichts an Tieren. Ach, nicht ergiebig, diese Kiste hier. Okay. Ach komm, scheiß drauf, ich guck jetzt rein. Scheiße. Das kannst du mir schon direkt von der Backe kratzen, dass das auch wieder für den Arsch. Ach. Oh, schön in die Schnauze geschossen. Mal komm her. Oh, oh, scheiße. So, jetzt kriegst du noch eins auf Ommel. Sag, bitte schön. Cowboy-Stiefel, na vielen Dank. Brauche ich nicht. Will ich nicht, kann ich nicht, muss ich nicht. Löscht. Blutglück ist aber auch da. Ich glaube, ich muss noch mehr Richtung Glut-Skillen, auch wenn ich das automatisch mache, aber trotzdem. Ja, das ist die große Frage immer, ob man das tatsächlich skillen sollte oder ob das, also da gehen ja wirklich die Fronten auseinander. Die einen sagen, ja, macht man trotzdem, bringt was und die Nächsten so, nein, Punkteverschwendung. Ja, gut, vielleicht Qualität. Ich bin noch nicht mal sicher, welche Haltung ich dazu einnehmen soll. Also, ehrlich gesagt, kann ich nicht mal sagen, die oder die haben recht, weil das ist, klar, ich verstehe beide. Seiden, ehrlich gesagt. Schwierig. Aber ich bin vielleicht da auch der Fall, um das zu beurteilen. Mir wird ja immer das Loot-Glück vorgeworfen. Ja, es ist ja nicht so, dass wir es nicht beweisen können. Verdammt! Ja, deswegen machen wir letztes Jahr, um das beweisen können. Videobeweise, das ist wie bei Fußball-Videobeweis, da hast du keine Angst. Der Mac macht ja auch schon Videobeweise, dass, wobei man meinen Namen sagt, dass das Wetter umschlägt. Das hier ist, also hier ist bislang beständig geblieben, muss ich sagen. Ja, level up. Ach, ne, das brauchst du nicht. Achso, das ist die Stadt, die kennen wir schon. Okay, okay, okay. Dann hole ich mal etwas. Was, grine Tiere, so weit und breit. Glaublich. Lauf hier rum und guck, aber nicht, nicht, nichts. Ich hab auch ewig nichts mehr gesehen. Ich glaube, ich muss mal in die Server-Einstellung reingucken. Tiere aus, okay, schade. Die sind auch Tiere aus. Wahrscheinlich hab ich auf eins gestellt. Ein Tier wird zurzeit nur gespawnt. Genau. Das ist dann irgendwo auf der Random-Cat. Ja. Da ist sie. Ich hab die Ranch. Es läuft. War klar. Es läuft, oder? Aber ich hab hier keinen Loot-Club. Nee, nein, natürlich. Doch, jetzt schade aber auf. Ey, jetzt besorge ich erstmal fürs Motorrad in den Dingen-Star. Ja, kein Loot-Club, ne? Ja. Ein bisschen darf man es mir ja gönnen, oder? Ja, aber nicht jedes Mal. In jedem Spiel weißt du, du, Charity, du, nein. Der gleicher Nachtsicht gerät, das heißt, alles klar. Ah, jetzt, halt mir das auch noch vor. Ein Sturm. Ja, natürlich, haben wir noch ein Video. Hm. Da haben wir doch gerade. Ich tue noch unser Bestes, was wollen wir doch alles machen. Na, mal gucken, was wir erst noch finden. Aber dann nehmen wir das Körbchen mit. Du musst doch irgendwo ein Tier sein, du kannst, das gibt's doch nicht. Tiere sind echt im Moment. Natürlich klar, dass da nichts drin ist. Die gibt es doch nicht. Ausdauer. Weißt du was? Papier weg. Oh, hey, oh, habe ich auf die Hand gehauen, hast du mal überleid? Na, komm her, du. Auf die Brise, Planke. Da schauen wir schnell oben noch was nach. Da kommt jemand an, gestiefelt auch ein Glück. Weißt du was, das machen wir nicht. Wir machen das jetzt ganz anders. Jetzt schneiden wir uns erst mal das Körbchen. Ach, man kann sich liegen bleiben. Ich wollte gleich in den Schnauzen. Oh. Das war ungünstig geschossen. Hast du ein zweites Minibike schon fertig? Nee, ne? Ich bin gar nicht zu Hause. Ach so. Wenn du hättest, hättest du ein zweites Minibike fertig? Müsste ich gucken bei den ganzen Ressourcen. Okay. Bin mir da gerade nicht so sicher. Ich glaube. Ich mache mir das schönes Kaffeesamen. Das muss ich nachgucken. Ja. Aber da du der einzige mit Benzin misst. Ähm, ähm. Okay, klar. Jetzt, wo ich die Tür aufhabe, spawender plötzlich ins Dominier ist. Klar, fahr ich mich noch. Ich verorsche mich noch. Eben war noch keiner drin. Das muss ich genau gesehen. So. Man fahrt. Soll ich den Waffenschrank hier nicht unbedingt aufkloppen? Weil ich kriege da sowieso nichts raus? Asrak! Ja, ich komme. Ah Mist, das gibt nur Stoff. Das ist laut hier. Was? Wir wollen dann das bei der Horde mit dem Laufweg machen, weil da kann man ja nicht durchschießen. Der ist also eigentlich ungeeignet. Welchen Laufweg meinst du jetzt? Das ist oben ums Gebäude rum. Also. Also das ist unser Vorredner. Nein, das ist unser Gebäude. Unser. Ach, das ist ein Zaun. Ja. Da, wo wir drauf rumlaufen. Das ist der zweite Stock oben. Da, da, wo wir. Da, wo wir. Da, da, wo wir. Da, wo wir. Da, wo wir. Das ist sogar. Weil wir haben hier schon einen Vorgang, auf dem wir stehen, aber nicht durchschießen können. Das heißt, es wäre uns im Weg. Bei der Horner. Aha. Kommt, ihr wisst doch, wovon ich rede. Ja. Ich rede vom Haus. Aber ich glaube, wenn wir, wenn wir Spikes unten drum herum bauen, ums Haus, ich glaube dann, also zwei reich, zumindest, denn ich glaube, dann können wir schon drüber schießen. Schön, ja. Eigentlich sollte eigentlich gehen. Ich habe immer eine Schrei, Rämpel ins Haus. Sag ihr, dass besetzt ist. Bin auf dem Kopf. Vielleicht muss ich jetzt mal ein bisschen Stamina. Ach ja, wohl. Was ist los? Die trifft mich aus der Entfernung. Ja, blutig sofort. Ja, ja. Ja, erst mal. Erste Mal verbannt. So, wer kommt da? Oh, ich habe eine Waffe gefunden. Ich habe eine Waffe gefunden. Es gibt noch einen Loot-Court. 1,56er, also von daher. Ja, das ist so wie bei dir, dass du kleine 300er finde oder so. Nein, alles gut. Ich bin nicht so einer. Ich bin nicht so einer. Brauchen wir noch Kartoffeln? Hier sind noch. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Wir haben über 200 oder 300 oder so. Ja, ja. Also eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Aber was ist da jetzt drin? Das ist sicher nur Müll dran. Und? Na ja, gut, Pistolenteile gelb habe ich einmal. Da kann man einfach alles mit. Ja, bei dem Platz. Und Kartoffelsamen haben wir noch da. Das ist auch schon. Ja, das ist nicht tot. Ach, klar. Ich habe die zweite Horde. Da war ich schon drin. Okay. Geh doch mal drauf jetzt. Ja, klar. Hau mich noch. Alter, soll man das nicht verarschen? Au! Ich bin doch schon ein bisschen übel hier. Das ist voll dabei, weißt du. Oh, ist auch noch eine. Äh. Oh, klar. Die lebt natürlich auch noch natürlich. Oh, gleich nicht mehr. Da stehen die auch wieder auf. Immerhin einen Reifen haben wir schon mal. Ich bin doch. Und jetzt macht es Yoga. Boah. 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 Und ich fahre dann gleich mal zum Händler und gucke, ob er nicht wirklich Stahl hat. so gucken, da mache ich noch einen Abstecher bei uns zu Hause und gucke, ob ich noch Geld mitnehmen kann. Ja. Jo. 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 Ho. Oh. wir haben jetzt hier für mal ruhe gesorgt kein tier kein tier kein tier das ist so heißt doch nicht wieso kann ich keine ach so ich dachte ich könnte federn stecken schade eigentlich schade eigentlich ok noch eisen mit ich trottel okay ja so einfach eine batterie haben wir wieder das bedeutet wir könnten vielleicht an einem weiteren bike arbeiten theoretisch wenn alles gut geht ja schon was ne batterie war nicht das motor ist das problem ja ich arbeite dran ich arbeite dran da geht noch nix und nix dabei so man es ist die einander kann ich das machen wir sofort das ist okay ich habe zwar honig davon habe ich glaube das bringt momentan nichts wir können es noch was bringen okay kannst du da kannst du ja bei dir reinschauen ob das was bringt oder nicht ich bin auf der standardstufe eins bin ich eins bringt das ist ja es ist ja oben in der leiste angezeigt ob da drei sachen sind oder ob da nur noch eine das ist klar ja also mir persönlich bringt nichts mehr weil ich schon zwei sein okay ich habe ja für dich antibiotika dabei weil die chance besteht ja noch dass man honig eventuell finden dann ist für dich erst mal das antibiotika für die schlimmste sozusagen ich muss aber auch noch kurz gucken in solchen herz naja ja ich bin definitiv zwei bös gemeint sondern das kommt hier rein ich brauche definitiv ich brauche definitiv sagt er musst du gar nicht dass im schneebium auch dann irgendwelche von diesen oh bullet tipps auch das ist geil das ist zum verkaufen legen dann nehme ich die mit plastik wird zwar auch schön aber alles nett chronisch mitnehmen leute die shotgun ist fertig wir haben eine shotgun das heißt die 16 schutz können auch dementsprechend genutzt werden irgendwo hat nur da auch ein repair geht da ich repariere die gerade auch und dann ist die einsatzbereit ich tue so oben zu den waffen und zu dem anderen glasch da ist jetzt sehr gut ich denke das ist dann mal das gehen würde meine richtung ich hätte ja angefangen das ist eigentlich wurscht aber macht ja dann höre ich auch auf von nachdem ich weiter hier im dreck schicken geht es läuft es kann gleich weiter laufen alles klar ihr lieben dann macht's gut bis zum nächsten mal wenn wir uns ja noch ein bisschen weiter auf die horde vorbereiten einen tag haben wir ja noch bis dahin sage ich mal tschau macht's gut und ich gebe das wort weiter anordlich ja schön dass sie da warten und sie muss der nächsten folge napoleon wieder macht es gut und alles klar ihr lieben bis denn ich hoffe ich seid dann wieder dabei oder wieder dabei also bis dahin macht es gut tschüss 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 tschüss